Das hier ist wirklich ein ganz besonderes Projekt. Menschen mit und ohne Behinderung überqueren gemeinsam die Alpen. Geschafft haben das Schülerinnen und Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Lebach und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reha GmbH. Unmittelbar vor den Sommerferien hatten sie sich von Ischgl in Österreich aus auf den Weg gemacht nach Riva del Garda in Italien. Das Team umfasst 42 Personen, 6 davon mit Behinderungen. Wiener 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 The Gör Allah I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna Yeah, yeah Ah, niegah. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.